Mark Brodesser ist bei uns, herzlich willkommen, Mountainbike-Trainer und Mountainbike-Referent beim ADFC. Hi liebe Leute, ich bin zwar wieder Mark und heute ein wichtiges Thema, was ich mit einem Fernsehbeitrag, wo ich interviewt wurde, nochmal reinbringen will und zwar geht es wieder um das Thema Trail-Verbote. Hier in dem Beispiel vom Siebengebirge, also ich habe acht Jahre in Bonn gewohnt und in diesen Jahren hat sich die Situation dort immer sehr verschärft und ich glaube so ab 2013 oder so wurde so ein Wegeplan eingeführt, wo ganz viele Single-Trails oder auch Wanderwege gesperrt wurden und auch mit Markierungen und dann dort laufen sogar ab und zu, ich denke mal zu Zeiten, wo halt viel unterwegs sind, Ranger rum, die das kontrollieren mit Geldstrafe. Also sehr traurige Geschichte. Ihr wisst ja, sonst gibt es in Deutschland zum Beispiel in Baden-Württemberg die 2-Meter-Regel, die natürlich auch ein bisschen seltsam ist, aber schwieriger zu kontrollieren und im Siebengebirge, ja, aufgrund von Lobbyarbeit von Biker-Feinden haben die das durchgesetzt, dass es so Biker-unfreundlich geworden ist und dass ich auch niemandem empfehlen würde, da zu fahren und es ist sehr schwer zu sehen, gerade fährst du nur auf dem Weg, der vielleicht noch erlaubt ist und dann ist in irgendeinem Baum ein kleines Zeichen, dass quasi da ein Weg verboten ist. Die stellen ja nicht überall die dicksten Schilder auf und du fährst weiter und auf einmal bist du illegal unterwegs. Ja, deswegen meine Frage an euch. Habt ihr lokale Trail-Verbote? Wie sieht das aus? Und vor allen Dingen, welche Lösungen würdet ihr sehen? Kann man irgendwie, ja, sollte man Wanderer und Biker mehr trennen? Sollte man auch ein gemeinsames, rücksichtsvolles Miteinander setzen oder haltet ihr das für unrealistisch? Aber wir wollen ja auch nicht bergab fahren und immer Angst haben, gleich kommt die nächste Kurve ein Wanderer hoch. Sollte man dann einfach nur langsamer fahren, immer bergab? Sollte man das mehr trennen? Wie ist die auch in meiner Meinung? Schreibt mir in die Kommentare, ich bin ganz gespannt. Und jetzt hier Film ab, der WDR-Beitrag, wo ich interviewt wurde, zur Lage im Siebengebirge und auch der Vergleich zum Sauerland, wo ja weniger Probleme sind, obwohl natürlich auch in den touristischen Hotspots viele Leute unterwegs sind, Wanderer und Biker. Trotzdem hat man die Sache ganz gut gelöst, wie ich finde. Also ich bin gespannt auf eurem Beispiel, auf eure Meinung. Bis dann. Ciao. Ja, erst mal keine Lösung in Sicht, aber vielleicht sieht mein Gast eine, Marc Brodesser, ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Mountainbike-Trainer und Mountainbike-Referent beim ADFC. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie groß ist denn die Versuchung, so eine illegale Strecke zu fahren? Also ich würde sagen, es ist natürlich in dem Fall sehr schwer zu erkennen, welche Strecke überhaupt illegal ist. Man kommt irgendwo langgefahren, will dann runterfahren und vielleicht sieht man so kleine Markierungen im Baum gar nicht und ist sich gar nicht bewusst, dass man da gerade eine illegale Strecke fährt. Jetzt haben wir heute die Kontrollen erlebt. Da waren etliche dabei, die reingefallen sind oder die kontrolliert wurden, erwischt wurden. Wissen die es nicht besser oder ist das auch Absicht? Also ich würde sagen, angesichts dessen, dass der Wegeplan jetzt schon relativ lange vorhanden ist, würde ich sagen, es gibt immer noch viel Unwissen darüber, weil welche Markierungen wo sind, welche Strecken gesperrt sind, das ist nicht sehr transparent. Also wahrscheinlich ist es eine Mischung. Die da vor Ort wohnen, die sich damals auch eingesetzt haben, dass dann alle an einen Tisch kommen, die werden es wissen. Aber viele, die einfach gerade ihre GPS-Route oder ihre Tour langfahren, wissen es oft wahrscheinlich nicht. Wir haben es eben angesprochen, eine Lösung ist im Moment nicht in Sicht. Wie könnte eine aussehen? Was müsste passieren aus Ihrer Sicht? Es müssten wirklich alle Akteure an einen Tisch vom Forst, von der Jagd, von den Bikern und von den Grundstückbesitzern. Und dann kann man, wie in anderen Städten es auch schon passiert ist, Lösungen finden, Wege freizugeben, weil man weiß heute durch viele Studien, dass die Wege, wenn man normalen Mountainbike fährt, nicht mehr belastet werden, als wenn dort Wanderer sind. Natürlich muss man aufpassen an Konfliktspots, wo jetzt vielleicht Wanderer hochgehen, dass da nicht die Mountainbiker runtergeschossen kommen. Aber dieses Feindbild, dass die Mountainbiker überall durchs Laub fräsen, das muss man zu einem Akt legen und wissen wirklich, jeder von uns könnte ja Mountainbiker sein und möchte diese Erholungssportart weitermachen, auch im Siebengebirge. Alle Akteure an einen Tisch sagen, Sie leben jetzt im Sauerland, waren acht Jahre hier in Bonn, kennen hier jede Wurzel, haben Sie mir eben gesagt. Was macht denn das Sauerland besser? Also von den Höhenmetern und den Bergen ist es nicht groß anders. Das Siebengebirge hat eine super Topografie, schöne Wälder, schöne Wege, aber natürlich ist ein touristisches Interesse, dass die Mountainbiker dort hinkommen, Räder leihen, dort übernachten. Deswegen wurde es dann auch da so gemacht, dass sie alle an einen Tisch bekommen haben, weil natürlich da Geld mit im Spiel war. Das heißt, hier leben die Leute und wollen auch ihre Lebensqualität und sich frei entfalten. Deswegen ist es auch wichtig, dass da alle an einen Tisch kommen und auf jeden Fall lösungsorientiert arbeiten. Also ein Plädoyer zu sprechen miteinander. Vielen Dank, Marc Brodesser, für Ihre Einschätzung zu dem Thema. Danke sehr. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020